Bis zu über 1000 Fahrrädern und wir fahren über die Brücken nach Ludwigshafen, kommen dann wieder über die Adenauerbrücke zurück, machen dann eine Tour durch die Stadt, Augustanlage runter, einmal um den Ring und landen dann am Ende am Toulorplatz bei der Fête de la Musique. Und da freuen wir uns schon drauf. Da werden wir nämlich zwei Fahrradreisen verlosen für je zwei Personen. Die Lose ist hier am Start zu kaufen und auch auf der Strecke und am Ziel. Es wird ein heitens Spaß und das Wetter ist perfekt.